und damit freunde herzlich willkommen zurück ich habe mich dazu entschlossen hat er getan den alten spielstand noch mal aufzurufen als den vorhergehenden gespeicherten weil irgendwie habe ich keine lust gehabt noch mal den fabrikator neu zu bauen weil die paar xp die uns noch fehlen die sind auch schnell erknüppelt und so ein bisschen holz gefarmt ist auch mal schneller als die teile zusammen zu suchen für den fabrikator hat ja lange noch gedauert wir sind ganz knapp davor vom nächsten xp sprung sprich wir können den fabrikator nutzen und wenigstens einmal was sinnvolles produzieren das muss man schon mit den fäusten hier zuhauen also ein bisschen länger aber viele xp wollen viel verdient sein auch mit den fäusten kriegt man das hin aber wir haben ja noch ein bisschen holz ja die gute nachricht ist wir haben gleich unseren nächsten xp sprung die schlechte ist es gibt nach wie vor keine info darüber wann das update kommt so dass wir die autos auch wirklich nutzen können für das geplante ende der staffel der reihe ist es natürlich nun doof weil wichtiger bestandteil uns nun fehlt ist aber leider im moment hat nichts zu ändern aber was ja nicht ausbleibt ist dass sobald ein größeres update kommt und die das update auf die 15 steht ja sozusagen auch bevor oder ist fest geplant sprich sobald es da eine entsprechende änderung gibt oder ein größeres update gibt da ist natürlich gerne bereit wieder einzusteigen auch seht ihr jetzt da die letzten xp seid dabei dann können wir endlich unseren fabrikator benutzen ist schade schade aber was will man machen das ist unter anderem einer der nachteile an early access spielen man weiß nicht inwiefern war das war unser xp sprung und jetzt sterbe ich auch noch ist doch nicht wahr was auf den letzten meter sterbe ich noch wegen so einem wenn man irgendwo hängen bleibt ist naja steine haben wir genug baue ich mal ein lagerfeuer irgendwo her und dann grill ich mir mal schnell was um mich zu gesunden bleibt halt viel zu schnell irgendwo hängen lagerfeuer da neun steine haben wir nicht so eingesetzt na gut dann hören wir uns die mal schnell noch ich habe sozusagen auch den spielstand noch mal nachgespielt als was ist nachgespielt ich habe fast in den kompletten in game tag noch mal holz gehackt damit war die hütte auf den stand auf rösten können wo wir gestern geendet haben also oben die küche ist eingerichtet oder unser esszimmer schlafzimmer ist fertig alle böden sind soweit aufgewertet und ich bin jetzt ja eigentlich nur noch mal unterwegs steine fehlen noch weil ich ja gerne unser potenzielles autohaus garage wie auch immer gerne mindestens untenrum in metall gemacht hätte und ich hatte aus versehen alles was wir an squat metal hatten in geschmolzen da müssen viele eisen bauen aber kein squat metal mehr sprich ich könnte jetzt potenziell da habe ich mich entschlossen noch mal hinter zu hüpfen weil hier oben ja relativ viel scrap metal zu holen ist was bleibt abschließend zu sagen es wird definitiv eine weitere folge geben oder eine weitere staffel geben oder eine fortsetzung der staffel geben wenn man das mal so sagen möchte wann das sein wird kann ich euch nicht sagen demzufolge aufruf an alle abonniert den kanal schaltet die glocke an ihr werdet informiert wann es weitergeht und dann gehen wir gemeinsam wieder rein in den spielstand insofern das möglich ist auch das ist ja immer so eine möglichkeit die besteht das eventuell auch noch nicht das ist eine änderung ist ein update ein spielstand wechsel hervorbringt werden wir entsprechend sehen und dort aufruf hat es euch gefallen was sagt ihr zum spiel was haltet ihr und generell von der die exe spielen beziehungsweise was in eurer erfahrungen mit so kleinen entwickler teams weil und hier ist es ja nur ein kleines team auch umgedreht am taxi hat es funktioniert hier irgendwie nicht muss man schauen sagt ihr generell die exe spiel ist ganz großer quatsch weil man kauft die katze im sack oder habt ihr auch schon so manch tolle perle gefunden die viel spaß gemacht hat fernab von den großen triple e games die ja mittlerweile auch vermehrt auf den faktor early access setzen oder zumindest hat man so das gefühl als würde da eher early access produziert werden und dann erst im nachhinein irgendwie das was erwartet worden ist von der community dazu zu patchen schreibt es in die kommentare würde mich sehr interessieren eure meinung dazu ebenso generell die meinung zu dieser staffel was für mich als fazit stehen bleibt ist auf jeden fall das spiel hat verdammt viel spaß gemacht oder macht verdammt viel spaß die grafik ist sehr stimmig auch wenn es im comic stil ist hat es doch den sehr validen eindruck gemacht also es gibt andere spiele da wird versucht der comic stil zu nutzen scheinbar weil er einfach herzustellen ist oder die assets einfach zu erwerben sind und in anreihung aber hier sieht man hat der entwicklung die entwickler ich weiß nicht wie viele daran beteiligt sind an den an diesem prozess also wie viel haben wir jetzt für eine in sechs na das muss reichen sich sehr viel mühe gegeben auch was ich sagen muss wir hatten ja im vorfeld schon mal angefangen gehabt zu spielen bis dann hieß es gibt ein größeres update was eine weile gedauert hat es hat sich sehr viel getan die kommunikation mit dem entwickler team oder den entwickler hatte ich als sehr angenehm und sehr freundlich auch zu manchen dingen wenn ich immer mal irgendwas zu meckern hatte ich immer sehr konstruktiv dabei was gutes raus gekommen oder problem ist im dunkeln lass mich in ruhe wir machen mal eine fackel und als hinweis es ist wo gerade bei steam mit 30 prozent rabatt oder sowas erhältlich also für alle die mit dem gedanken gespielt haben okay das könnte was für mich sein schlag zu weil das ist ein kleiner preis für so viel spielvergnügen und ich bin ja jetzt hier relativ fokussiert durch aber wenn man das als gemütliche aktion sieht oder als gemütliches spiel wo man immer mal ein bisschen was machen kann ist bestimmt eine menge mehr spielzeit drin ja schlag zu greift zu aus meiner sicht her lohnt sich es auf jeden fall ja was machen wir jetzt noch wir hüpfen jetzt mal schnell nach hause beziehungsweise beim händler vorbei ich habe noch ein bisschen zeug in der tasche das würde ich dem gern geben gebaut haben wir soweit alles und dann mal gucken ob man unseren letzten xp punkt oder unseren letzten skill punkt dafür verwenden auf munitions herstellung zu skillen das ist ja der punkt der noch fehlt damit wir den fabrikat auch mal nutzen können sicherlich wäre noch einiges möglich jetzt irgendwas hier rein zu pressen nur damit das letzte weitergeht fände ich schade dass mir meine zeit zu schade eure zeit zu schade dann lieber heben wir uns sowas auf für die nächste staffel oder die fortsetzung dieses müssen wir mal schauen wie umfangreich es sein wird ob es dann das nächste mal eine staffel geben wird oder ob es dann wirklich nur hier hinten angehängt wird müssen wir sehen du willst auch noch ein bisschen was haben das kann schon mal hier rein und es fehlt uns jetzt ein bisschen an aber das stört uns jetzt nicht ja also mir hat es viel spaß gemacht danke auch an alle die so fleißig kommentiert haben und ihre meinung kundgetan haben ich freue mich auf jeden fall darauf wenn es dann weitergeht aber gerade beim händler sind die taschen schon voll es lohnt sich auf jeden fall mal gucken wir jetzt wirklich genug scrapmittel einstecken haben um unserer werkstatt und unserer garage entsprechend umzuwandeln zumindest die vordere front dass man eine pläschte hinkriegen was noch so ein bisschen fehlt sind so ein paar einzelne bauteile das habe ich aber schon in zusammenfassung zusammengeschrieben was der entwickler dann von mir nochmal kriegt das zum stichpunkt ich meckere gerne ist ja in dem fall kein meckern sondern konstruktive kritik ausblick auf die nächste nächste update es soll dann soweit ich das verstanden habe eine fraktion geben die horten basierend sich über die karte bewegen ich kann es jetzt noch nicht genau sagen weil es gibt halt immer viele ankündigungen sollte dem so sein freue ich mich natürlich drauf dass hier wenigstens ein bisschen rambazamba ist weil man ist doch zumindest hier zu hause im eigenen eck etwas alleine als es passiert nicht viel geschlafen da haben wir die nacht schneller um warum nicht die kinder die kirche oder unser esszimmer nutzen wo man es doch haben ich habe alles wieder hergestellt man kann sogar was reinstellen finde ich ja klasse das sehe ich jetzt erst cool das ist schon mal nett schade dass man sich nicht auf die stühle setzen kann das hätte nochmal so den gewissen kleinen kick gegeben komm wir machen hier mal überall im hauslicht an ihr seht fabrikator steht wieder oder immer noch ja steht eigentlich immer noch weil habe halt nur die böden alle nochmal neu aufgewertet diesmal auch hier hinten unten drunter ohne dass ich mich einklemmen so ein befreien button fehlt halt noch ein bisschen das wäre noch so eine sache die mir vielleicht noch wichtig wäre gerade wenn doch die möglichkeit besteht dass man irgendwo fest sitzt und nicht wieder raus kann dann noch was zu essen machen ja ihr seht ich habe alles eingeschmolzen gehabt und nicht nur nachgedacht dass man ja mein gleiches fertig packel weg hier könnte ein bisschen knapp werden ich halte den rest mal noch durch ich halte den rest mal noch durch ich halte den 8 komm komm noch ein paar planken durchgejagt taschen ausgepackt und dann gucken wir mal ob wir das aufgewertet kriegen jetzt haben wir noch das kann mit hier raus das braucht man aber ich jetzt nicht noch mal zwingend zum händler gehen will pack ich das einfach mal hier raus das ist so ich sprit hier rein komm planken werde fertig platzachs weil ich am ende komplett durch gehauen brauchen wir eigentlich alles zum aufwerten wir brauchen unseren hammer und dann mal gucken vier und zwanzig skype metal das sollte ausreichend sein beim planken komm wir fangen schon mal an komm wir fangen einfach hier an die seite an mal erst auf stein und dann auf metall das wird natürlich steine fehlen dann wird es natürlich doch ein bisschen knapp also steine haben wir ja wenn ich es wieder finde da aber planken 10 dann wird es doch nicht nicht mehr für alles reichen schade aber wisst ihr was dann lasst uns wenigstens jetzt schon wieder planken nägeln steine planken nägel vergessen bitte wenn wir jetzt die rückwand auch sparen können material zu sparen aber wir sind jetzt immer dabei wenn es alle ist ihr wisst dann hört es auf ja ein bisschen ist noch da hier kannst du da auch metall nähen schade hier noch es macht halt spaß und auch die aufwertungsstufen sehen verdammt hübsch aus da kann ich noch mal runter aufwerten ja eine stufe mehr oh yes das sieht ja mal cool aus da hat es sozusagen mal was gutes gehabt einmal geht noch perfekt ja dann haben wir das auch erreicht hier müsste gegebenenfalls was ausgetauscht werden um dann die spikes vorne dran zu haben aber damit würde ich warten bis zur nächsten runde weil da soll wohl dann die möglichkeit bestehen dass man wenigstens material zurückkriegt aber das ist noch eins der störenden punkte das ist an material der materialrückfluss nicht so ideal ist wie er sein könnte also 200 oder 400 holz man hackt ja trotzdem eine ganze weile also ich habe zumindest eine ganze weile gehackt das machen wir noch fertig ja so ein paar kleinigkeiten ich finde es sieht extrem nice aus auch mit dem blech ich dachte okay hier kann man richtig mit den metallplatten arbeiten aber irgendwie war dem dann doch nicht so die materialien für unser polizeiauto lasse ich mal noch in der kiste auch das hebe ich mir einfach für die nächste runde auf nicht dass wir dann drei autos rumliegen haben die auf dem rücken liegen beim taxi war es glück dass wir es aufstellen konnten jetzt beim truck haben wir gesehen ist nicht demzufolge warten wir mit dem polizeiauto einfach bis wir es richtig bauen können verlässlich bauen und fahren können und dann können wir nämlich auch nochmal hoch in die fabrik fahren und mal unser zeug einsammeln was auf der karte verstreut ist weil wir haben eine ganze menge material überall stehen kisten mit zeug was geholt werden will und noch drei bäume gepflückt vielleicht doch noch den rest der werkstatt machen in der zeit wo wir mal gucken wie das mit dem fabrikator funktioniert weil wir haben ja noch einen xp punkt vergessen habe ich nicht das wie es ist das ist wie es ist und wenn man so nah dran steht dann sollte es passieren dass man im baum hängen bleibt gut holz rein noch mal angeworfen und dann schauen wir mal wie es mit dem skillen weiter geht zu 390 gut gibt es noch ein paar planken super also wir haben noch einen skillpunkt der nächste war 37 ist schon eine menge wir wollten herstellen für die waffen zum reparieren auf dem reparatur oder munitionsherstellung wird es das wir gucken rein wir brauchen die hülsen und schießpulver schießpulver asche nun wird es nun interessant habe ja die asche aufgehoben schon ein bisschen was zusammengekommen das läuft durch was haben wir denn an 49 ist ja fast perfekt von der menge her und ich doch hier schon wieder das ist doch nicht auszuhalten wir spielen eine empfehlung bist du aktuell gerade nicht muss ich mal so sagen also ich wirst sehen es halt trotzdem weiterspielen aber das wird so ärgerliche momente wir sind doch gerade erst hängen geblieben ich weiß nicht an was ich hänge da war es nur die werkbank ok wenigstens da war es jetzt nichts kritisches bei dem fabrikado könnte ich nämlich nicht abbauen den ganzen käsequattro hier rein das rein das rein das rein das brauche nicht das kann weg nägel so was sagt das schießpulver 45 gut dann das hier rein schießpulver rein 3 schießpulver ok dann kann man halt nur die hälfte machen was ach Mensch jetzt gut uns erste eigene munition jubi AYER geben wir die chance im großen ganzen es ist halt können wir hier noch irgendwie aufwerten Schade, ich hätte ganz gerne die Spikes unten mit dran gehabt. Ist halt nicht. So, was wollen wir machen? Wollen wir die restliche Hilde aus Stein machen? Steine rausgepackt. Was für ein Elend. Ständig hat man nicht das einstecken, was man braucht. Die Frage ist, wo habe ich sie denn hingepackt? 23? Echt? Nur noch? Da müssen wir noch eine Handvoll holen. Mal gucken, für wie viel es reicht. Da brauchen wir 12 pro. Ja, da sind die Steine alle. Gut, ich hole mal noch ein paar. Bleibt er noch dran? Die 2 Minuten haben wir dann noch, oder? Ja, dann kriegt man unsere Zeit auch voll. Da ist es nicht ganz so kurz. Und wir haben wenigstens noch was fertig gekriegt. Dass jetzt man der Nackt rumrennen muss, ist natürlich... Naja. Sag mal einfach so. Es endet, wie es angefangen hat. Wie viel Steine haben wir jetzt? 79, das passt. Es endet, wie es angefangen hat. Wie so immer im Leben. Werkstatt unten ist zu. Mal schauen, wie viel haben wir denn noch. Weil das hier aus Blech ist, dann können wir das hier aus Blech machen. So. Schön. Für wie viel es hier noch reicht. Kriegen wir das noch hin? Das sieht so aus. 1, 2, 3. Ja. Cool. War das auch erledigt. Unsere Munition, wir fallen was essen. Ich vergesse grundsätzlich das Essen. Noch eine Aufwertung? Oh ja. Was ich mir nicht angeschaut habe, ist, wie... sind die Böden aus? Oh, was spielt jetzt? Aber... Sieht gut aus, die Böden. Aber deshalb fange ich jetzt an, hier Kinkeraffe zu machen. Mal gucken, ob wir uns schon oben anschauen können. Ja. Sieht schön aus. Aber ich baue deshalb jetzt nicht alles um und gehe. Nicht nur mal eine Stunde hacken. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Lust und Laune habe und noch eine... Runde was tun möchte, dann kann ich das ja machen, so in Vorbereitung auf die nächste Staffel. Aber für diese Staffel war es das dann sozusagen. Ich möchte noch mal betonen, mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Ich werde das Spiel definitiv weiter im Auge behalten. Es ist halt ein schöner Zeitvertreib. Irgendwas runter. Ich packe noch eine Ersatz-Axt. Lass uns mal unsere Munition noch holen. Naja, immerhin. 22 Schuss eigene Munition. Ich habe sehr wenig davon gebraucht, muss man mal so sagen. Aber das können wir ja mal nutzen. Medium. Was habe ich denn sonst noch? Was habe ich denn sonst noch? Noch eine Waffe und die Munition dazu. Hatten wir nicht auch irgendeine Schrotflinte, das war also da, oder? Ne. Habe ich noch irgendeine Kiste Schrotflinte und Co. gehabt? Oder habe ich die einfach zerlegt? Da, guck mal, was haben wir denn? Kanatwerfer. Ah, die Kanaten haben wir nicht hier. Shotgun. Tja. Das finde ich nun etwas schade. Ja. Alles kommt. Wir nutzen es wenigstens nochmal. Gerade bei denen, die uns hier unten immer geärgert haben. Sonst noch etwas, was wir durchladen können? Mit der Zeit kann ich ja vielleicht unser Metallfasser holen. Ich halte. Ich halte. Ja. Ich halte. Falls wir es doch schaffen, können wir sie unten ja reinpacken. So. Wir haben die mit genug Schuss. Wir haben die mit. Die brauchen die Medium und du kommst raus. Alles. Gut. Granatwerfer können wir leider nicht nutzen. Weil die Granaten noch irgendwo in irgendeiner Kiste sind. Ich glaube oben an unserem Angelressort. Das ist ein langes Ressort. Alles kommt. Alles kommt. Klick, klick, klick ist niemals gut. Ja. So geht es natürlich auch. Aber wenn ich Sprit brauche, um Spritfässer herzustellen, ist natürlich auch wachsinnig. Eigentlich. Und Nacht ist außerdem. Aber die Shotgun macht schon ein bisschen derf Spaß. Eine letzte Nacht. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts mehr. Hier haben wir leer geschossen. Wir wollen ja wenigstens noch sehen, wie die andere Waffe funktioniert. So. Also Sprit zu benutzen, um Sprit herzustellen, ist natürlich auch sehr. Ja. Aber so ist das Spiel gemacht. Frühmorgens Asmo zieht in den Krieg. Schmuck, ist sie kaputt. Ey. Klick, 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 klick ist niemals gut. Aber wir haben ja Munition hergestellt. Dann steht nicht da, wie viel. Schmuck. Mach mal einfach so. Ja. So funktioniert die Produktion von Sprit. Das ist für alle Schmutzhäuser. Ne, ne, ne. Einmal für das. Um, was. Was. Ach. Wie. 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 macht für mich weniger spaß schießen ist auch kaputt aber das auch gesehen ein bisschen sehr schnell kaputt alles du darfst uns mal in ruhe lassen okay du bist unser letzter mit der fackel oder eben damit hängen bleiben also dann freunde mit diesen dramatischen bildern wird er es schaffen wird er versterben kann er sich gegen den großen bösen 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 behaupten er mit seiner kleinen fackel bewaffnet kämpft um sein ärmliches Leben David gegen Goliath Asmo gegen Monster damit endet diese Staffel ich danke allen noch mal ausdrücklich fürs dabei sein für eure Zeit ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich damit und vielleicht dauert es ja gar nicht so lange und wir sehen uns wieder wenn die Folge oder die Staffel weitergeht oder vielleicht eine neue anfängt nochmal der Aufruf schreibt es mir in die Kommentare wie hat es euch gefallen spielt ihr selber was sind eure Eindrücke mit dem Spiel was sind eure Eindrücke bezüglich oder eure Meinung bezüglich Early Access spielen ja und dann hoffe ich mal dass wir uns ganz schnell wiedersehen und dann mit funktionierenden Fahrzeugen und viel viel mehr Spaß und damit sage ich zum letzten Mal zumindest für diese Runde Tschüssi Kowski und Bye Bye Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Vielen Dank.